Am Morgen sind bei Rangierarbeiten auf einem Firmengelände in Hamburg-Wilhelmsburg drei Kesselwagen mit Dieselkraftstoff entgleist. Zwei der Waggons kippten bei dem Unfall auf die Seite, verletzt wurde aber niemand. Die Werksfeuerwehr des Tanklagers forderte die Feuerwehr Hamburg zur Unterstützung an. Diese rückte mit 35 Einsatzkräften an, da zunächst unklar war, ob aus den havarierten Kesselwagen Diesel ausläuft. Nach der ersten Erkundung durch den Umweltdienst der Technik- und Umweltwache konnte dieser aber Entwarnung geben, die umgestürzten Tanks blieben dicht. Der Betreiber des Tanklagers pumpt nun die Kesselwagen leer, diese sind mit jeweils rund 42.000 Liter Kraftstoff beladen. Die Feuerwehr stellt währenddessen den vorbeugenden Brandschutz. Anschließend soll eine private Bergungsfirma die Waggons wieder aufrichten. Wären die Kesselwagen bei dem Unglück leck geschlagen, hätte es zu einer Katastrophe kommen können.